Sein Gegner, Nadim Tegar vom Sakura Gojo aus Losburg. Beide treten im Mittelgewicht an. Johannes Tegar ist ein Shiu-Jitsu-Kämpfer und Nadim Tegar ist Background Kickboxen. Nach dem Kampf sind 10 Minuten Pause. Ends Beide treten, bones, duck! Nombardi, auf geht es! Jawohl! Pass, 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 pass! Okay, kein Problem. Давай, aufs Sech觉. Manja, gleiche, gleiche, gleiche! Und jetzt... jetzt, jawohl! Nicht auf der Riege, was auf der Schild! Komm, 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 komm! Gib ihm einen, damit er den Hass löst. Jawohl! Geh rein, geh tief rein, geh schön rein! Jawohl!